Wer noch fehlt, das sind die Grünen. Heute auch bei den grünen Gremien und Vorstandssitzungen. Und im Anschluss hat sich die Parteichefin Annalena Baerbock geäußert. Raten Sie mal, womit sie anfängt. Ich möchte gerne noch einmal auf die Kohlekommissionsergebnisse eingehen. Das ist ein Anfang zum Kohleausstieg, was zentral und wichtig ist, da ein führendes Industrieland aus der Kohle aussteigt. Aber es ist ein Anfang und auch nicht mehr und auch nicht weniger, dass es dazu überhaupt gekommen ist, es den Umweltverbänden zu verdanken. Wichtig ist jetzt, dass das viele Geld, was in der Kommission auch mit bereitgestellt wird, im Sinne der Öffentlichkeit und der allgemeinen Interessen eingesetzt wird. Es kann nicht sein, dass einzelne Kraftwerke und Uraltkraftwerke dafür bezahlt werden, dass sie im Land stehen und kein Strom mehr produzieren. Sondern klar muss sein, öffentliche Gelder müssen auch im Sinne des öffentlichen Interesses eingesetzt werden. Und es kann keinen Blankoscheck für jedes einzelne Kraftwerk in unserem Land geben. Das Ganze wird ohnehin eine Frage auch des EU-Beihilferechtes sein. Und in diesem Sinne muss das alles genauestens geprüft werden, welche Gelder fließen. Und klar ist auch, um die Pariser Klimaziele einhalten zu können, ist dieser Einstieg in den Kohleausstieg wichtig. Aber in den 20er Jahren müssen die Revisionsklauseln, also die Überprüfungsmechanismen, die jetzt mit vorgeschlagen worden sind, auch genutzt werden. Denn das Enddatum ist deutlich zu spät für den Kohleausstieg in Deutschland. Und auch die Frage, welche Kraftwerke in den 20er Jahren abgeschaltet werden, die ist nicht verbindlich geregelt. Deswegen kommt es jetzt zentral auf die Umsetzung dieser Eckpunkte an, dass sie die Pariser Klimaziele am Ende auch erfüllen können. Denn das ist mit diesem Minimalkompromiss noch nicht gegeben. Dann bewegt ja dieser Tage unser Land die zentrale Frage beim Verkehr. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht hätte der Bundesverkehrsminister vielleicht lieber Formel-1-Fahrer werden sollen, anstatt Verkehrsminister, wenn sein Ziel ist, die Raserei in unserem Land weiter voranzubringen, anstatt für Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen und anstatt für eine vernünftige Bahnreform für alle Menschen in unserem Land einzutreten. Wir sind ein Land, das von Spitzenforschung, Spitzenwissenschaft und hohem Ingenieursgeist lebt und dass jetzt eine internationale Community im Forschungsbereich noch mal klarstellen muss, warum Grenzwerte eingehalten gehören, wie sich wissenschaftliche Ergebnisse zusammensetzen, weil offensichtlich ein Verkehrsminister Geltnisrecht zurechtbiegen will. Das ist aus meiner Sicht tief peinlich und es beschädigt auch den guten Ruf Deutschlands im Bereich von Wissenschaft und Forschung weltweit. Wir haben kein Grenzwerteproblem, sondern wir haben ein Diesel- und Verkehrsproblem und dem müsste sich das Bundesverkehrsministerium und die gesamte Bundesregierung annehmen, anstatt die gesamten Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, einfach so wegzuwischen. Zentral ist eine andere Verkehrspolitik, die für mehr Mobilität für alle Menschen in unserem Land sorgt, mit weniger Emissionen. Deswegen ist es absolut richtig, dass die Kommission im Verkehrsbereich viele, viele Dinge vorgeschlagen hat, unter anderem eine vernünftige Besteuerung, damit Fliegen nicht günstiger ist als Bahnfahren, ein Tempolimit, aber auch das Ende eines fossilen Verbrennungsmotors, wie es andere europäische Länder ja auch schon angegangen haben und vorgemacht haben. Um für mehr Mobilität für alle Menschen in unserem Land zu sorgen, brauchen wir eine umfassende Bahnreform. Und eine Bahnreform bedeutet nicht, dass wir die Ticketpreise teurer machen können, sondern wir müssen die hohen Gewinnerwartungen des Bundes ändern, darin in dem Bundesschienenausbaugesetzes, dass das Ziel der Bahn ist, für Mobilität für alle Menschen in unserem Land zu sorgen. Die Ticketpreise müssen gesenkt statt erhöht werden, damit sich jede Familie in unserem Land Bahnfahren auch leisten kann. Zudem müsste die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abgesenkt werden, auf 7 Prozent. Und um die hohe Verschuldung der Bahn zu lösen, sollte sich die Bahn auf ihr Kerngeschäft wieder fokussieren, das heißt die Bereiche bzw. die Geschäftsfelder, Arriva und Schenker verkaufen. Soweit zu unserer Kommentierung, vor allen Dingen im Bereich Verkehr und Klima. Vielen Dank.